Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema das Rechts-Links-System. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich erwünscht. Im politischen Diskurs wird überwiegend auf eine Einteilung zwischen politisch rechts und politisch links eingeteilt. Nicht selten wird gefordert, dieses System zu überwinden. Es ist aber so tief in uns drin, dass eine Abkehr unwahrscheinlich ist. Ursprünglich besagt dieses System aber auch nur die Sitzordnung in den Parlamenten aus Sicht des Präsidiums. Links sitzen jene, die alles verändern und umstürzen wollen, rechts die Konservativen, die alles erhalten und beibehalten wollen. In einer Demokratie haben beide Seiten ihre Daseinsberechtigung. Die vereinfachte, gerade genannte Aufteilung hat sich weiterentwickelt. Dieses Rechts-Links-System wird aber auch ideologisch missbraucht. Da es keine klare Definition jeder Seite gibt, haben durch weitläufige Suggestionen, allein bei der Erwähnung, dass eine persönliche Position der rechten Seite zugeordnet werden könnte, bei einigen Personen Schnappatmungen zur Folge. Darüber hinaus werden arg kostspielige Aktionen der politisch linken Seite verharmlost und darunter gespielt. Es sollte aber klar sein, dass rechts und links nicht dasselbe ist wie gut und böse. Auch wenn es versucht wird, dieses so hinzustellen, die Aufteilung im Rahmen einer Definition, dass links für Veränderung und Umsturz und rechts für Erhalt und Konservatismus steht, hat auch heute noch Gültigkeit. Will man jedoch klar definieren, muss jedem bewusst sein, dass in der Ausrichtung nicht das Thema, sondern der Weg zum Ziel und die Ansicht zu diesem Thema entscheidend ist. Ob rechts oder links, beide Seiten wollen Gerechtigkeit. Der Begriff Gerechtigkeit hat aber auf beiden Seiten eine andere Bedeutung. Man kann also nicht sagen, dass soziale Themen oder Themen von innerer Sicherheit nur einer der Seiten zugeordnet werden können. Beide Seiten wollen aus der eigenen Sichtweise nur das Beste für das Land. Die Wege sind das, was eine Einteilung zwischen rechts und links möglich macht. Will man rechts und links in politische Ausrichtungen definieren, kann man die linke politische Seite dem Kommunismus oder Sozialismus zuordnen, die rechte Seite dem Liberalismus und Konservatismus. Um inhaltliche Vergleiche gegenüberzustellen, werde ich jedoch bei den Begriffen links und rechts bleiben. Was jeder inhaltlich bevorzugen würde, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Die linke Politik setzt auf staatliche Kontrolle, Einschränkungen und Verbote. Der Staat soll möglichst viel regeln und der Bürger hat zu funktionieren, um Systeme umzusetzen. Die rechte Politik setzt hier auf Freiheit und Selbstbestimmung der Bürger. Auf der linken Seite werden den Bürger Entscheidungen abgenommen. Der Bürger wird weitläufig sozial durch den Staat abgesichert und finanziert. Da setzt die rechte Seite auf Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen. Linke Strömungen benötigen hohe Geldmittel, welche für Umverteilungsmodelle durch Steuererhöhungen eingeholt werden müssen. Hier werden Leistungsträger im Rahmen von Neiddebatten geschwächt. Wohlhabende Personen werden immer mehr Steuern, Gebühren und Lasten aufgebürdet. Nur um weniger wohlhabende Bürger, in Teilen auch nicht arbeitswillige Bürger, zu finanzieren. Rechts hingegen setzt auf Leistung und Anerkennung. Wer viel leistet, muss auch mehr besitzen können. Um die Wirtschaft anzukurbeln, wird auf Steuersenkungen, Entlastung aller Bürger und auf Steuersparmodelle gesetzt. Ein Video zum Thema Arbeit und Soziales findest du oben unter dem i. Die linke Seite steht für mehr Globalisierung und Internationalismus. Tore und Türe werden weit für alle geöffnet. Das Hauptaugenmerk liegt auf das Wohl außerhalb des eigenen Landes. Die rechte Seite hingegen steht für einen nationalen Schwerpunkt. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf das Wohl der eigenen Bevölkerung und dem eigenen Land. Ein Video zum Thema Globalisierung ist oben unter dem i. Links bevorzugt es, Unternehmen zu enteignen und zu übernehmen. Es soll alles zentral gesteuert und organisiert werden. Rechts hingegen setzt auf eine freie Marktwirtschaft und einen freien Handel. Hier steht die Handlungsfreiheit der Unternehmer im Mittelpunkt. Auf der linken Seite wird die Familie ausgeweitet und der Ehebegriff verwässert. Die Wertigkeit von Ehe und Familie wird ausgebremst. Das Leben von Kindern wird durch die Förderung von Schwangerschaftsabbrüchen entwertet. Die Kindeserziehung liegt erschwert in staatlicher Verantwortung und wird durch Ideologie und Indoktrination in der Bildung beeinflusst. Rechts wird der Wert der klassischen Familie aus Vater, Mutter und möglichst vielen Kindern hochgehalten. Der Wert der Familie als geschützte Einrichtung mit möglichst vielen Kindern wird gefördert. Die Verantwortung der Kindeserziehung liegt bei den Eltern. Ein Video zum Thema Familie findest du oben unter dem i. Linke Politik drückt Minderheiten in den Vordergrund und stellt diese über die Mehrheitsgesellschaft. Gleichstellung wird über die Gleichberechtigung gestellt. Ungewollte große Gesellschaftsschichten, die diese Maßnahmen unterminieren, benannt als die alten weißen Männer, werden diffamiert. In der rechten Politik wird die Gleichberechtigung aller Bürger in den Vordergrund gestellt. Niemand wird durch Quotenregelungen bevorzugt oder benachteiligt. Ein Video zum Thema Quoten findest du oben unter dem i. Zusammengefasst kann man sagen, dass die linke Politik das Kollektiv vorzieht und rechte Politik das Individuum in den Vordergrund stellt. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr andere Ansichten seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.